Beinverlängerung Herzlich willkommen zu unserer nächsten Videosequenz zur Beinverlängerung. Ich würde Ihnen heute gerne etwas über die Medikamente erzählen, die notwendig sind im Rahmen der Beinverlängerung. Normalerweise bekommen Sie diese Medikamente ab dem OP-Tag und die werden dann durchgeführt durch den Verlängerungsprozess bis zum Stopp der Verlängerung. Manche Medikamente nehmen Sie über die Konsolidierungsphase noch hinaus und das erkläre ich Ihnen jetzt ganz explizit. Im Rahmen der OP benötigen Sie eine Blutgerinnungshemmung. Diese Blutgerinnungshemmung ist notwendig, damit Sie geschützt sind vor eventuellen Thrombosen, die sich bilden können, weil Sie nicht hundertprozentig mobil sind, wie Sie es vorher waren. Diese Blutgerinnungshemmung sollten Sie nehmen über den gesamten Verlängerungsprozess. Das heißt, vom Tage der Operation bis Sie einigermaßen normal laufen ohne Unter-MG-Stützen. Das geht bis zum Ende der Verlängerung bzw. darüber hinaus noch im Durchschnitt drei bis vier Wochen. Das ist das wichtigste Medikament. Dann bekommen Sie, gerade um den Klickmechanismus ein bisschen zu vereinfachen bzw. auch um die Spannung im Muskel zu lösen, wenn Sie verlängern bzw. den muskulären Teil dehnen, auch Medikamente zur Muskelentspannung. Auch diese sind notwendig und sinnvoll. Der nächste und dritte Aspekt wären die Schmerzmittel. Die Schmerzmittel sind dazu da, um die Spannung zu lösen, die Sie während der Verlängerungsphase aufbauen. Im Allgemeinen können Sie die Schmerzmittel nach Stopp der Verlängerung, das heißt, wenn die Spannung im muskulären Bereich aufhört, relativ rasch ausschleichen und brauchen im Anschluss lediglich die blutgerinnungshemmenden Medikamente und die zur Knochenheilung unterstützenden Medikamente. Die zur Knochenheilung unterstützenden Medikamente sind nichts anderes als Supplements, die dem Körper die notwendigen Materialien dargeben, die er braucht, um den neuen Knochen zu bilden. Das heißt, Calcium braucht er, er braucht Magnesium, Vitamin D3, Vitamin K. Das alles braucht er, um den neuen Knochen zu remodellieren und aufzubauen. Wir haben noch einen Magenschutz, der schützt Sie vor Beschwerden im Magenbereich bedingt durch die Medikamenteneinnahme.